In diesem Video zeige ich dir anhand eines ganz einfachen Beispiels, wie der Buchungskreislauf in der doppelten Buchhaltung funktioniert. Die Theorie dazu hast du vielleicht in meinem Video über den Buchungskreislauf schon gesehen. Oder hol das jetzt nach. Das Beispielunternehmen ist der Zuckerwatteverkäufer Candy. Lass uns mit ihm aus Buchhaltungssicht durch den Tag gehen. Wenn du das Beispiel mitmachen willst, solltest du dir jetzt ein Blatt Papier im Querformat herrichten und die T-Konten wie hier abgebildet eintragen. Los geht's. Candy macht sich auf den Weg zu seinem Standplatz bei einem Kirtag und fragt sich, wie sein kleines Unternehmen eigentlich dasteht. Ist das Unternehmen reich? Um ihm diese Frage beantworten zu können, musst du eine Inventur machen und eine Bilanz erstellen. Zu Beginn des Tages hat Candy einen Zuckerwattewagen im Wert von 900 Euro und eine Zuckerwattemaschine im Wert von 850 Euro. Beides gehört zu seiner Betriebs- und Geschäftsausstattung, abgekürzt BGA. Außerdem hat er 5000 Holzstäbchen, die insgesamt 50 Euro wert sind und er hat 5 Farbaromendosen, die je 15 Euro kosten. Das ist sein Materialvorrat. In der Kasse hat Candy 50 Euro Wechselgeld. Außerdem erzählt er, dass er sich zum Ankauf der Zuckerwattemaschine und des Zuckerwattewagens 1200 Euro von einem Freund ausgeborgt hat. Candy hat somit einen Kredit. Mit diesen Angaben kannst du eine Anfangsbilanz erstellen. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung, Wagen und Maschine sind gemeinsam 1.750 Euro wert. Der Materialvorrat an Holzstäbchen und Farbaromen hat einen Wert von 125 Euro. Gemeinsam mit den 50 Euro Bargeld in der Kasse gehören die drei Positionen zum Vermögen und stehen daher auf der linken Seite. Der Kredit in der Höhe von 1200 Euro ist Fremdkapital und steht daher auf der rechten Seite. Mit dem Vermögen und dem Fremdkapital kannst du dir jetzt das Eigenkapital von Candy errechnen und die Anfangsbilanz vervollständigen. Das Vermögen macht in Summe 1925 Euro aus. Zieht man davon das Fremdkapital von 1200 Euro ab, ergibt sich ein Eigenkapital von 725 Euro und beide Seiten der Bilanz, das Vermögen und das Kapital sind gleich groß. Das Eigenkapital zeigt, wie gut Candy's Unternehmen dasteht. Der nächste Schritt im Buchungskreislauf ist das Eröffnen der Bestandskonten. Alle Konten, die in einer Bilanz stehen, heißen Bestandskonten. Diese werden am Jahresanfang, in diesem Beispiel zu Beginn des Tages, eröffnet. Das bedeutet, dass für jede Position aus der Bilanz ein eigenes Kontoblatt angelegt wird. Du beschriftest also die Konten mit den Positionen aus der Bilanz. BGA, Materialvorrat, Kassa, Kredit und Eigenkapital. Nun werden die Anfangsbestände, also der jeweilige Wert in Euro aus der Anfangsbilanz, auf die entsprechenden Konten eingetragen. Der Anfangsbestand der aktiven Bestandskonten steht links. Der Anfangsbestand der passiven Bestandskonten steht rechts. Die BGA hat einen Anfangsbestand von 1750 Euro, das Material 125, die Kassa 50. Und nun die passiven Bestandskonten. Kredit 1200 Euro und Eigenkapital 725 Euro. Während des Jahres, in diesem Beispiel während des Tages, werden nun alle Geschäftsfälle in ihrer zeitlichen Reihenfolge auf Konten verbucht. Dazu benötigst du neben den gerade eröffneten Bestandskonten auch Erfolgskonten. Zu den Erfolgskonten gehören alle Aufwands- und Ertragskonten, die während des Jahres bei Bedarf eröffnet werden. Entsprechend der sachlichen Zuordnung wird nun jeder Geschäftsfall auf einem Konto auf der linken und auf dem anderen Konto auf der rechten Seite eingetragen. In der Früh kauft Candy auf seinem Weg zum Standplatz 20 Kilo Zucker um insgesamt 40 Euro. Er zahlt beim Verkäufer in bar. Wir stellen uns nun die Fragen, wofür hat Candy seine Geldmittel verwendet und woher stammen diese. Wenn man fragen kann, wofür die Mittel verwendet wurden, trägt man den Wert auf der linken Kontoseite ein. Kann man fragen, woher die Mittel stammen, trägt man den Wert auf der rechten Seite ein. Candy hat also Zucker um 40 Euro gekauft. Das ist das Wofür. Auf dem Materialvorratskonto wird der Wert auf der linken Seite eingetragen. Das woher ist die Kassa, aus der hat er das Geld genommen. Dort wird der Wert also auf der rechten Seite eingetragen. Bei der Eintragung wird nicht nur der Wert notiert, sondern auch um welchen Geschäftsfall es sich handelt. Hier die Nummer 1. Und auf welchem Konto der Wert das zweite Mal auf der anderen Seite verbucht wird. Wir sind ja in der doppelten Buchhaltung. Auf dem Materialkonto steht nun links Geschäftsfall 1, Gegenkonto Kassa, Wert 40 Euro. Auf dem Kassakonto steht nun rechts Geschäftsfall 1, Gegenkonto Material, Wert 40 Euro. Zum Mittag nimmt Candy 15 Euro aus der Kassa und geht damit Mittagessen. Wofür hat er das Geld verwendet. Er ist privat Mittagessen gegangen. Die Buchung gehört also links. Aber auf welchem Konto? Wenn ein Unternehmer Mittel aus seinem Unternehmen für sich privat verwendet, muss er das auf dem Privatkonto notieren. Beschrifte das nächste T-Konto mit Privat. Jetzt brauchen wir noch das Gegenkonto. Woher hat er das Geld genommen? Das ist die Kassa. Du verbuchst den Fall auf dem Privatkonto. Links steht Geschäftsfall 2, Gegenkonto Kassa, Wert 15 Euro. Auf dem Kassakonto steht rechts Geschäftsfall 2, Gegenkonto privat, Wert 15 Euro. Am Nachmittag trifft Candy seinen Freund und er gibt ihm 100 Euro aus der Kassa, um einen Teil des offenen Kredits zurückzuzahlen. Wofür hat er das Geld verwendet? Er zahlt den Kredit zurück. Die Buchung gehört beim Kredit links. Woher hat er das Geld genommen? Aus der Kassa. Die Buchung gehört bei der Kassa rechts. Vergiss nicht die Nummer des Geschäftsfalls und die Gegenkonten einzutragen. Schau dir einmal das Kassakonto an. Der Anfangsbestand war 50 Euro, herausgenommen wurden in Summe 155 Euro. Das geht eigentlich nur, weil Candy laut seinen Aufzeichnungen den ganzen Tag über, also auch am Vormittag, 150 Portionen Zuckerwatte zu einem Verkaufspreis von insgesamt 450 Euro verkauft hat. Der Geschäftsfall 4 wird nun verbucht. Wofür hat er das Geld verwendet? Er hat Geld von seinen Kunden bekommen und es in die Kassa gelegt. Die Buchung gehört jetzt auf der Kassa links. Woher kam das Geld? Candy hat etwas verkauft und damit Erlöse erzielt. Diese werden auf einem Erfolgskonto, genauer gesagt dem Ertragskonto, verbucht. Das musst du erst erstellen. Beschrifte ein noch leeres T-Konto mit Ertrag und trage die Buchung auf der rechten Seite ein. Vergiss nicht, das Gegenkonto bei der Kassa zu ergänzen. Nun ist Candys Arbeitstag vorbei und er fragt sich, ob er heute einen Gewinn oder Verlust erzielt hat und ob er reicher oder ärmer geworden ist. Diese Fragen kannst du ihm beantworten, nachdem du die Abschlussbuchungen durchgeführt hast und eine Schlussbilanz erstellt hast. Aus der Inventur am Ende des Jahres, in diesem Beispiel natürlich wieder am Ende des Tages, kann man verschiedene Werte ermitteln. Den Schwund in der Kassa, den Materialverbrauch oder eine Wertminderung des Anlagevermögens. Zuerst schauen wir uns die Kassa von Candy an und machen eine Kassakontrolle. Am Tagesanfang waren 50 Euro in der Kassa. 450 Euro hat Candy durch den Verkauf von Zuckerwatte an Erlösen erzielt und 155 Euro hat er in Summe für den Materialeinkauf, sein Mittagessen und die Rückzahlung des Kredits ausgegeben. Daraus ergibt sich, dass er 345 Euro in der Kassa haben sollte. Vergleicht man diesen Soll-Endbestand mit dem Ist-Endbestand von 340 Euro, den Candy bei der Inventur ermittelt hat, so sieht man, dass 5 Euro in der Kassa fehlen. Es gibt ein Manko. Dieses Manko, auch Schwund genannt, muss ebenfalls verbucht werden. Der Schwund ist das Wofür. Und wir brauchen ein neues Erfolgskonto Schwund, auf dem die 5 Euro auf der linken Seite eingetragen werden. Woher stammen die 5 Euro? Klar, aus der Kassa. Dort erfolgt die Buchung also rechts. Jetzt wird der Materialverbrauch ermittelt. Das ist notwendig, weil Candy nicht aufgeschrieben hat, wie viel Zucker, Farbaromen und Stäbe er an diesem Tag verbraucht hat. Die Berechnung ist aber ziemlich einfach. Zu Beginn des Tages war Material im Wert von 125 Euro vorhanden. Dann wurde Material, Zucker, um 40 Euro eingekauft. Am Ende des Tages sind noch Holzstäbe um 40 Euro, Farbaromen um 60 Euro und Zucker um 10 Euro vorhanden. In Summe macht das 110 Euro Endbestand an Material. Daraus ergibt sich, dass der Materialverbrauch 55 Euro ist. Dieser Verbrauch wird wieder verbucht. Der Verbrauch ist das Wofür. Wir müssen wieder ein neues Erfolgskonto eröffnen. Und das Woher ist der Materialbestand. Der Geschäftsfall 6 wird also auf dem Verbrauchskonto links und auf dem Materialkonto rechts verbucht. Als nächstes werden die Konten abgeschlossen. Ein Konto abzuschließen bedeutet, den Saldo dieses Kontos zu berechnen und diesen auf der Gegenseite im Abschlusskonto einzutragen. Dazu musst du zuerst die betragsmäßig größere Seite eines Kontos ermitteln und die Summe bilden. Dann ermittelst du den Saldo. Das ist die Differenz zwischen der größeren und der kleineren Kontoseite. Der Saldo wird nun auf dem Abschlusskonto, das kann das Eigenkapitalkonto, das G&V-Konto oder die Schlussbilanz sein, auf der anderen Kontoseite eingetragen. Beginnen mit dem Privatkonto. Privatentnahmen bzw. Privateinlagen verändern das Eigenkapital. Bei einer Privateinlage erhöht sich das Eigenkapital. Bei einer Privatentnahme verringert es sich. Ich zeige dir jetzt, wie man das Privatkonto abschließt. Candy hat eine Privatentnahme gemacht, als er mit den 15 Euro Mittagessen gegangen ist. Diese wurde auf der linken Kontoseite im Privatkonto verbucht. Im ersten Schritt machst du unter die letzte Zeile des Kontos einen Strich und bildest die Summe der betragsmäßig größeren Kontoseite. Also 15 Euro. Anschließend ermittelst du den Saldo. Das ist die Differenz zwischen der größeren und der kleineren Seite. Hier leicht zu erkennen 15 Euro. Du trägst ihn auf der betragsmäßig kleineren Seite oberhalb des Abschlussstrichs ein. Jetzt notierst du das Abschlusskonto, auf dem der Saldo das zweite Mal verbucht wird. Beim Privatkonto ist das das Eigenkapitalkonto. Bei Abschlussbuchungen kannst du dir in den Übungsbeispielen die Nummerierung der Verbuchung ersparen. Da der Saldo des Privatkontos auf der rechten Seite steht, wird er im Eigenkapitalkonto auf der linken Seite eingetragen. Nun musst du beim abgeschlossenen Konto nur noch die Summe auf der zweiten Seite bilden. Das ist die mit dem Saldo. Beide Kontosummen sind gleich groß und du hast dein erstes Konto abgeschlossen. Jetzt sind die Erfolgskonten an der Reihe. In diesem Beispiel gibt es drei Erfolgskonten. Verbrauch, Schwund und Ertrag. Ermittle jeweils den Saldo und schließe das Konto ab. Das Abschlusskonto von Erfolgskonten ist das Gewinn- und Verlustkonto. Wenn alle Ertragskonten abgeschlossen sind, wird auch die G&V abgeschlossen. Der Saldo der G&V ist das Betriebsergebnis und kann entweder ein Gewinn oder ein Verlust sein. Die Gegenbuchung dieses Gewinns erfolgt auf dem Eigenkapitalkonto. Die Bestandskonten werden gegen die Schlussbilanz abgeschlossen. Bestandskonten sind in diesem Beispiel die BGA, der Materialvorrat, die Kassa, der Kredit und das Eigenkapital. Schließe nun alle Bestandskonten ab. Wenn du damit fertig bist, musst du nur noch die Summe der beiden Kontoseiten des SBK ermitteln. Auf beiden Seiten ergibt sich eine Summe von 2.200 Euro. Die Vermögens- und die Kapitalseite sind somit gleich groß. Der letzte Schritt in diesem Kreislaufbeispiel ist die Durchführung des Betriebsvermögensvergleichs. Dabei vergleichst du das Endeigenkapital mit dem Anfangseigenkapital und nachdem du die Privatentnahmen bzw. Privateinlagen berücksichtigt hast, erhältst du den Gewinn oder den Verlust. Das Endeigenkapital ist 1.100 Euro. Das Anfangseigenkapital war nur 725 Euro. Das Eigenkapital ist also gewachsen. Das ist schon mal gut. Jetzt musst du nur noch die Privateinlagen bzw. die Privatentnahmen berücksichtigen. Candy hat eine private Entnahme für sein Mittagessen gemacht. Hätte er diese Entnahmen nicht getätigt, wäre sein Endeigenkapital um 15 Euro höher. Diese 15 Euro wurden aber vom Unternehmen erwirtschaftet und müssen daher beim Betriebsvermögensvergleich addiert werden. Das Ergebnis ist wenig überraschend. Candy hat einen Gewinn von 390 Euro erzielt. Das wusstest du aber schon aus der G&V. Der Gewinn aus der G&V und aus dem Betriebsvermögensvergleich ist natürlich gleich groß. Du hast nun den Buchungskreislauf eines ganzen Jahres durchlaufen. Im nächsten Jahr beginnt alles von vorn. Hat dir das Video gefallen? Dann schenk mir ein Like. Willst du noch mehr davon? Dann abonniere meinen Kanal. Infostimme, der Kanal für Betriebswirtschaft, Kostenrechnung und Buchhaltung. Bis zum nächsten Mal.